Moin Moin und herzlich Willkommen zu einem weiteren EVE Online Anfänger Guide von mir. Heute geht es um das Scannen und Hacken und ich befinde mich gerade auf meinem Guide Charakter, nicht auf meinem Hauptcharakter, damit ich euch zeigen kann, dass ihr auch mit wenig Skills das Ganze hinbekommen könnt. Trotzdem würde ich euch empfehlen das Ganze gleich zu skillen bzw. damit zu beginnen. Ansonsten, wenn ihr neu im Spiel seid oder noch nicht so lange spielt, würde ich euch empfehlen unten einen Account über meinen Referral Link anzulegen, denn dann bekommt ihr eine Million Skill Punkte kostenlos dazu und das sind einige Tage Skillzeit, die ihr damit sparen könnt und wie ihr seht dauern hier einige Skills nur eine Stunde oder drei. Damit pusht ihr euch also richtig schön nach vorne und könnt mit dem Scannen beginnen und habt es auf jeden Fall deutlich einfacher und ja ich würde sagen wir starten einfach rein und beginnen hier mit den Skills. Wie mit allen Dingen in EVE Online ist auch das Scannen und Hacken an Skills gebunden und entsprechend müssen wir da ein bisschen Zeit investieren, damit wir da besser werden können. Zum Glück dauert das am Anfang nicht so lange, dementsprechend können wir da relativ schnell loslegen. Ich würde sagen euer erstes Ziel sollte sein, dass ihr Hacken und Archäologie so Minimum auf Level 3 bringt. Dann fällt das Hacken nämlich deutlich einfacher. Ich werde euch aber zeigen, dass ihr es auch mit Level 1 schaffen könnt. Trotzdem macht es euch nicht unnötig schwer und skillt das Ganze bitte Minimum auf 3. Ansonsten würde ich Astro Matrix und die anderen drei Skills hier auch so Minimum auf 4 Skill danach und Survey könnt ihr halt vernachlässigen, das ist nicht so wichtig. Die anderen Skills sollten auf jeden Fall auf lange Sicht Minimum auf 4 und wenn ihr wirklich sehr viel scannen wollt, auf 5 gebracht werden. Reden wir jetzt einfach mal über die Optionen, welche ihr habt, um zu scannen. Dort gibt es sogenannte Scanning Schiffe, wie zum Beispiel hier die Astero. Das ist allerdings die teuerste Option für 112 Millionen. Das wäre das Ziel, wenn ihr irgendwann mal zu viel Geld habt und ihr wollt unbedingt ein schönes Scan Schiff haben, dann könnt ihr die Astero kaufen. Die normale Wahl wäre hier zum Beispiel beim Amar Empire die Magnate. Wie ihr seht, ist sie deutlich günstiger. Genauso wie bei Caldari die Heron oder bei Galente hier die Immicus oder bei Minmata die Probe. Alle sind recht bezahlbar und erfüllen den Job. Astero wäre halt eine gute Option, wenn ihr sehr viel Geld habt und euch so ein teures Exploration Schiff halt leisten könnt. Dementsprechend dort müsst ihr selber entscheiden, was ihr euch kaufen wollt. Ich persönlich fliege sehr sehr gerne die Magnate. Die werden wir heute im Guide auch verwenden. Wie ihr sehen könnt, ist die halt wirklich dafür gemacht. Hier Basis und Gefechtssonden kriegen hier eine Bonus auf die Stärke, wenn man die Fregatte skillt. Würde ich euch übrigens ebenfalls empfehlen, damit ihr diesen Bonus halt nach oben bekommt. Ansonsten haben wir hier noch einen Funktionsbonus bzw. Rollenbonus, welcher uns Virusstärke gibt und da würde ich euch empfehlen, wenn ihr später die Skillpunkte habt bzw. ihr habt die Skillzeit, weil ihr alles andere auf 4 gebracht habt, dann würde ich euch empfehlen auf jeden Fall auf Hacking 5 oder Archäologie 5 zu gehen, denn dann könnt ihr hier zum Beispiel eine Data Analyzer mit Tech 2 bekommen, der halt auch noch mal deutlich stärker ist. Ich weiß nicht, ob man das hier bei den Attributen sehen kann. Genau hier haben wir eine Virusstärke von 30 und bei der 1er Version hier haben wir eine Virusstärke von 20. Das klingt jetzt vielleicht nicht sonderlich viel, aber glaubt mir, wenn ihr erst mal am Hacken seid, werdet ihr sehen, wie viel 10 Punkte wirklich sind. Dementsprechend, das ist auf jeden Fall ein Langzeitziel, welches ihr verfolgen solltet, denn die Data Analyzer Tech 2, die lohnt sich auf jeden Fall genauso wie die Relic Analyzer und auf die gehen wir gleich noch mal ein, wenn wir zu den Fittings kommen. Da wir uns jetzt damit beschäftigt haben, welche Skills wir benötigen und welche Schiffe wir verwenden sollten, können wir jetzt mal auf die Ausrüstung zu sprechen kommen. Und zwar gibt es dort eine sehr komfortable Funktion in EVE Online, welche wir verwenden können und zwar gehen wir hier einfach mal auf Ausrüstung und dann geben wir hier einfach mal das jeweilige Schiff ein. In meinem Fall ist das zum Beispiel die Magnate. Sollten euch irgendwelche Skills fehlen, dann werden die hier oben links angezeigt. Dann drückt ihr einfach mal hier auf den jeweiligen Fit. Ich würde empfehlen, Tech 1 Exploration zu nehmen und dort sehen wir dann auch schon, was hier ausgerüstet wird. Ihr braucht auf jeden Fall, falls ihr das hier nicht verwenden wollt und das selber zusammenbauen wollt, ihr benötigt auf jeden Fall einen Core Probe Launcher. Dort gibt es auch noch eine Sisters of EVE Version, welche ihr später nehmen könnt, wenn ihr ein bisschen Geld verdient habt. Darauf kommen wir gleich noch zu sprechen. Aber ihr braucht auf jeden Fall einen Data Analyzer und einen Relic Analyzer. Das ist ganz, ganz wichtig, sonst funktioniert das Ganze nicht. Außerdem ist zu empfehlen, dass ihr einen Micro Warp Drive oder einen Afterburner nehmt. Das ist auf jeden Fall auch noch recht wichtig, damit ihr schnell von Container zu Container kommt. Das werdet ihr später noch sehen. Und ja, wenn ihr euch jetzt ein Fitting rausgesucht habt, welches ihr verwenden wollt und ihr habt auch genug Geld, dann könnt ihr einfach in einen Trade Hub fliegen, wie zum Beispiel Amar oder auch Jitter. Dann könnt ihr hier einfach mal auf Mehrfachkauf gehen und euch das Ganze hier einfach kaufen. Achtet natürlich darauf, dass das nicht zu teuer ist. Hier zum Beispiel, das ist ziemlich überteuert mit 64%. Trotzdem, das hier ist ein Guide und dementsprechend werde ich das jetzt hier trotzdem machen. Das Ganze kaufen. Dann gehe ich hier unten links auf Schiff ausrüsten. Und dann sehen wir, dass wir in der Lage sind, das zusammenzubauen. Dann gehen wir hier einfach mal rein und benennen unser Schiff und sagen Schiffe ausrüsten. Zack, das Ganze wurde zusammengebaut. Jetzt gucken wir hier einfach mal in unserem Inventar und sehen, dass wir hier den Explorer haben, den wir jetzt hier aktivieren können. Wir können jetzt hier nochmal einen Blick reinwerfen, ob auch alle Module aktiv sind. Und ja, das sind sie. Und jetzt benötigen wir noch Probes für den Core Probe Launcher. Die wurden allerdings hier zum Glück gleich mitgekauft. Die ziehen wir hier einfach mal rein, damit die da reingepackt werden. Und jetzt sind wir eigentlich auch schon bereit, um unsere ersten Sites frei zu scannen. Bevor wir jetzt anfangen mit dem Scannen, möchte ich gerne noch eine kleine Empfehlung aussprechen. Solltet ihr ein bisschen ISK verdient haben mit dem Scannen, könnt ihr das Scannen auch noch ein bisschen verbessern, beziehungsweise auch ohne Skills noch ein bisschen was herauskitzeln, damit euch das Scannen ein bisschen einfacher fällt und ihr schneller an ISK kommt. Und zwar könnt ihr bei dem Core Probe Launcher eine Version kaufen, welche hier ein kleines Extra hat. Und zwar seht ihr hier keine extra Scan-Stärke. Wenn ihr jetzt allerdings auf Variationen geht, beziehungsweise Varianten, dann geht ihr hier auf den SISTA Core Probe Launcher und dann sehen wir unter Attribute, dass ihr eine 10%ige Verstärkung eurer Scan-Stärke habt. Und etwas Ähnliches könnt ihr auch bei den Probes machen. Und zwar gibt es dort ebenfalls eine Variante von den Sisters, die euch eine Verstärkung bringt. Und zwar sehen wir hier eine Sensor-Stärke von 44. Wenn wir jetzt einfach mal gucken bei dem ersten, dann sehen wir, dass wir hier nur eine 40-Punkte-Verstärkung haben, beziehungsweise eine 40er-Stärke und bei der anderen halt eine 44er. Da könnt ihr also auch noch ein paar Punkte rausholen und das Scannen für euch ein bisschen vereinfachen. Allerdings denkt dran, das Ganze ist auch deutlich teurer. Sprechen wir aber jetzt erstmal darüber, wie wir einen Ort finden können, wo wir überhaupt scannen können, beziehungsweise wo eventuell schöne Sites sind, die wir freiscannen können. Und zwar gehen wir dafür erstmal auf die Karte und machen uns hier oben einen Filter rein. Und zwar können wir hier unter Geografie und Statistiken verschiedenste Dinge anzeigen lassen, beziehungsweise hier filtern. Hier zum Beispiel durchschnittliche Pilotenanzahl im All in den letzten 30 Minuten. Und genau das wollen wir auch haben, denn damit sehen wir genau, wo hier viel los ist. Wie zum Beispiel hier vorne haben wir zwei Gebiete, die aktuell richtig viele Spieler drin haben. Oder hier vorne sehen wir auch, dass da überall so ein paar unterwegs sind, aber hier vorne zum Beispiel ist überhaupt nichts los. Das ist auch Low-Zag, da wollen wir gar nicht hin. Aber jetzt zum Beispiel sehen wir hier, dass da gar nicht so viele Leute sind. Und das wäre auf jeden Fall schon mal ein lukratives Ziel, denn da wurde eventuell noch nicht gescannt. Und dementsprechend, da fliegen wir jetzt auch hin und werden dort einfach mal schauen, ob wir dort lukrative Ziele finden. Sind wir dann im Zielgebiet angekommen, können wir unten links einfach mal auf Scanner drücken und dann auf Sondenscanner. Sollten hier rechts keine kosmischen Signale auftauchen, dann habt ihr in dem Gebiet leider keine kosmischen Signale, die ihr scannen könntet. Und dementsprechend müsst ihr ein anderes Gebiet bzw. ein anderes System halt aufsuchen und dort halt gucken, ob ihr dort mehr Erfolg habt. Auf jeden Fall haben wir hier ein paar kosmische Signale. Jetzt können wir hier mit dem Button unsere Sonden auch schon starten und sehen, die sind hier gestartet. Und jetzt können wir sie hier halt bewegen. Wir wollen zum Beispiel das Teil hier hinten mal eben kurz scannen, gehen also mit dem Ding rüber und verändern auch so ein bisschen unsere Kamera hier mit der linken Maustaste und versuchen halt die Teile jetzt in die Mitte zu kriegen. So, wir sind auch so gut wie in der Mitte. Das muss nicht perfekt sein. Wir sehen, ist auch relativ gut. Und jetzt wollen wir hier einmal das Ganze vergrößern, damit wir den ganzen Ball hier halt abdecken. Ja, wir können hier die Sondengröße halt verändern und das machen wir genau so, dass der rote Ball halt abgedeckt ist. Übrigens würde ich euch wirklich nur die enge Formation hier empfehlen. Die anderen Formationen könnt ihr theoretisch auch machen, aber ich finde sie ehrlich gesagt so am besten. Dann sagt ihr analysieren. Die Sonden fliegen jetzt dorthin und werden halt, wenn sie da sind, mit dem Scan dann halt beginnen. In dem Fall haben sie das jetzt auch getan. Übrigens seht ihr hier auch Kampf-Sites. Ja, dort könnt ihr kämpfen. Das ist für Kämpferschiffe interessant, für uns jetzt weniger. Jetzt haben wir hier so eine Verbindung und in einem der beiden Bereiche, also entweder da so oder da, haben wir dann auch das Ding, was wir hier halt scannen wollen. Ich würde sagen, dass wir jetzt einfach so ein bisschen hier runter gehen, so ungefähr. Dann können wir auch einen runter machen und dann sehen wir schon, okay, wir haben hier den Großteil eigentlich abgedeckt. Sollte jetzt kein Signal da sein, muss das hier oben irgendwo sein. Also wir versuchen das jetzt so ein bisschen einzugrenzen hier. Und übrigens, wenn ihr ein kosmisches Signal nicht scannen könnt, weil eure Skills zu schlecht sind, dann könnt ihr das ganz einfach machen. Ihr geht hier drauf, sagt Rechtsklick und dann sagt ihr einfach Ergebnis ignorieren und dann verschwindet das hier aus der Leiste und ihr könnt euch auf die anderen halt konzentrieren. Jetzt sehen wir hier, wir haben ein Reliktgebiet und das ist richtig gut, denn dort können wir Geld verdienen. Das ist ein Level 1 Gebiet, dementsprechend sollte es relativ einfach sein, das zu scannen. Ist wahrscheinlich aus dem aktuellen Event, ist aber völlig egal, denn dort kann ich euch trotzdem zeigen, wie man hackt und wie man damit Geld verdient. Jetzt genau das gleiche Spielchen, gehen wir wieder so ein bisschen in die Mitte und machen jetzt ein bisschen kleiner. Ich würde euch empfehlen, dass ihr immer schrittweise nach unten geht, das heißt, wenn wir vorher 4 hatten, gehen wir jetzt auf 2 runter und scannen nochmal. Danach können wir noch einen runter gehen. Ihr könnt auch versuchen, 2 runter zu gehen. Ich persönlich habe allerdings gute Erfahrungen damit gemacht, dass ich immer einen runter gehe und das dann so langsam, sag ich mal, ja, ne, da scanne. So, jetzt sehen wir, okay, hat sich ein bisschen verändert, wieder ein klein bisschen anpassen hier und dann gehen wir wieder einen runter. Und analysieren weiter. Übrigens werdet ihr nicht in der Lage sein, alle kosmischen Signale zu scannen, auch im High Security Bereich nicht, also High Sack, weil dort gibt es manchmal auch Level 4er Data Sites. Zumindest habe ich die bereits gefunden und die konnte ich mit meinen Skills am Anfang zum Beispiel nicht freiscannen. So, jetzt haben wir hier die Site freigescannt und werden jetzt hier unsere Teile zurückrufen und mit Rechtsklick gehen wir drauf und dann sagen wir innerhalb von 0 Meter Waben. Es handelt sich hier übrigens um Warp Matrix irgendwas. Das wird das Event Ding sein, ist aber völlig egal, denn auch die Event Teile haben halt hackbare Container und genau die wollen wir jetzt auch hier uns anschauen. Ein Wort der Warnung an der Stelle, solltet ihr mal eine Site freiscannen, welche so einen Namen hat wie Covered Research Facility, solltet ihr euch davor auf jeden Fall in Acht nehmen. Denn wenn ihr da reinwarbt, startet ein Timer, in welchen ihr Zeit habt, sage ich mal die Container zu hacken, was ich euch gleich zeigen werde. Und wenn ihr diesen Timer missachtet, beziehungsweise der abläuft, werden da sehr, sehr viele böse Schiffe reinwarpen und euch einfach zerschießen und dann ist euer Schiff kaputt. Und dementsprechend würde ich euch empfehlen, euch da ein bisschen zu informieren. Ich habe euch da einen Link in die Beschreibung gepackt, den ihr auf jeden Fall mal anklicken und euch durchlesen solltet. Leider ist er in Englisch, also wenn ihr kein Englisch könnt, ist das ein bisschen problematisch. Aber ja, im Endeffekt habt ihr diese Site, dann habt ihr da einen Timer und da müsst ihr dann relativ schnell dann auch wieder raus. Auf jeden Fall fangen wir jetzt mal an. Wir haben hier in der Site Container, ein paar davon habe ich schon gehackt. Und ihr müsst an diese ranfliegen, 5000 Meter Minimum und dann könnt ihr hier mit einem Analyzer, könnt ihr halt das Ding dann aufknacken, um den Inhalt zu bekommen. Das machen wir jetzt auch einfach mal. Ich drücke hier auf den Relic Analyzer, ist eine Relic Site, bei einer Data Site braucht ihr halt den Data Analyzer. Sobald wir hier dann drin sind, beziehungsweise das gemacht haben, haben wir hier das Hacking-Minispiel. Und hier müssen wir den Systemkern finden und da gibt es eigentlich nur eine besondere Regel, die ich euch ans Herz legen würde, diese zu beachten. Und zwar nennen manche das die Rule of Sixes. Und zwar haben wir hier zum Beispiel sechs Nodes, welche eine Note umschließen und diese hier ist sowas wie eine Safe Note. Das heißt, hier kann keine Firewall sein. Und ihr solltet euch dann ungefähr so hier durch das System bewegen und immer versuchen zu der Mitte zu kommen. In dem Fall so zum Beispiel, weil dort ist es halt immer sicher. Sollte es in so einem mittleren Bereich irgendwie mal eine Firewall geben, zum Beispiel hier, wenn hier jetzt eine Firewall gewesen wäre, dann wäre hier irgendwo der Systemkern. Das könnt ihr euch merken. Dann habt ihr hier irgendwo den Systemkern und dementsprechend solltet ihr dann die hier abgehen, um zu gucken, okay, wo liegt der denn jetzt? Weil den müsst ihr halt finden und kaputt machen und dann habt ihr halt gewonnen und das Ding ist offen. So, hier war er jetzt allerdings nicht, deswegen werden wir jetzt weitergehen und gucken, wie wir hier vorankommen. Ihr habt sicherlich schon gesehen, dass es hier eine Zahl gibt, sobald ihr einen Weg nach vorne macht. In dem Fall hier eine 2. Das heißt, zwei Felder entfernt ist irgendwo etwas Gutes, zum Beispiel hier haben wir jetzt eine 2, da haben wir eine 1. Das heißt, hier wartet irgendwas Gutes auf uns, in dem Fall eine versteckte Note. Die werden wir jetzt nicht aufdecken, sondern die werden wir aufdecken, wenn wirklich wir, sag ich mal, darauf angewiesen sind. Wir werden jetzt weitergehen und versuchen, hier unten reinzukommen und hier oben reinzukommen, weil wir wollen den Systemkern finden. In dem Fall haben wir hier jetzt einmal etwas Gutes gefunden und zwar ein Item. Diese Items hier können wir verwenden, um entweder unsere HP, sag ich mal, zu erhöhen oder, ich weiß nicht, ob man die Stärke auch hier erhöhen kann, die Virenstärke, ich glaube schon. Aber man hat auf jeden Fall ein paar Effekte. Zum Beispiel zwei Angriffe von der Firewall gehen ins Leere oder die Firewall kriegt über drei Runden Schaden, über drei Bewegungen, sag ich mal, die ihr hier auf dem Feld macht. Da kriegt die Firewall dann Damage, die ihr dann anvisiert habt. Oder, oder, oder. Gibt es auf jeden Fall viele verschiedene Items. Ich werde nicht auf alle eingehen jetzt. Auf jeden Fall gibt es, ja, diese Items, die ihr benutzen könnt. In dem Fall halt hier HP. Die werde ich dann nehmen, insofern ich es benötige. So, es geht weiter. Wieder eine Eins. Das heißt, hier irgendwo ist wieder ein nützlicher Gegenstand. Ich würde mal raten. Ja, und da haben wir auch schon den Systemkern. Den müssen wir kaputt machen. Und dann haben wir es geschafft und haben hier den Container freigeschaltet. Das hier ist unser Ziel. Den müssen wir finden. Meistens, ich sag wohlgemerkt, meistens ist er in der entgegengesetzten Richtung irgendwo. Also hier zum Beispiel hätte ich jetzt den vermutet. Aber er kann auch hier vorne irgendwo sein oder da. Ich hatte ihn auch schon mal wirklich sehr weit vorne. Aber das ist wirklich eher die Ausnahme. Meistens ist er relativ weit entfernt. Trotzdem, ich werde jetzt hier noch eine Firewall suchen, die ich aktivieren kann für euch. Und da haben wir auch schon eine. Und die gibt es wirklich in allen möglichen Variationen. Da müsst ihr wirklich aufpassen. Die hier zum Beispiel kann man eigentlich ignorieren. Denn man könnte jetzt zum Beispiel an der Seite lang. Aber wenn man hier unbedingt hin will, dann muss man sie leider kaputt machen. Weil die blockiert hier jetzt diese Wege. Allerdings haben wir das Ding ja hier schon gefunden. Dementsprechend ist das egal. Wenn wir den jetzt allerdings angreifen, machen wir einen Schaden von 25. Hier unten links sehen wir unsere Virenstärke. Das heißt, wer in der Schule aufgepasst hat, wir müssen den jetzt zweimal angreifen. Und dann ist seine HP hier auf 0. Wir haben natürlich auch eine HP, ebenfalls 50. Die können wir auch erhöhen. Ich glaube, durch Implantate geht das noch höher und durch Ausrüstung. Aber also durch Rigs zum Beispiel, die wir in unser Schiff reinmachen können. Aber das hier ist ein Anfängerguide. Entsprechend werde ich da jetzt nicht drauf eingehen. Auf jeden Fall. Hier steht unsere HP und hier unsere Stärke. Beides ist durch Implantate und Rigs und so weiter halt erhöhbar. Oder zum Beispiel unsere Virenstärke können wir am besten durch unsere Tech-2-Stufe hier erhöhen. Aber back to topic. Wir müssen zweimal angreifen, damit er halt kaputt geht. Aber da wir ihn nicht mit einer Attacke killen können, wird er zurückschlagen. Mit 25, beziehungsweise in dem Fall 20, sorry. Mit 20 wird er zurückschlagen und dementsprechend rutschen wir hier auf 30 runter. Das werde ich jetzt auch mal kurz tun. Weil sobald ich das getan habe, sehe ich, okay, ich habe hier aufs Maul bekommen. Und jetzt kann ich hier einfach das Item benutzen. Und zack, bekomme ich hier wieder ein bisschen HP dazu. Und jetzt werde ich den Systemkern hier angreifen. Und ihr seht, der wehrt sich ebenfalls mit einer Stärke von 10. Aber jetzt könnte ich ihn kaputt machen. Und genau dann ist auch der Container hier freigeschaltet. Bitte merkt euch, es gibt manchmal Firewalls, die sind wirklich verdammt gefährlich. Und die dürft ihr nicht ignorieren. Es gibt manche, die kann man ignorieren. Wie den hier oben eben. Den kann man ruhig ignorieren, wenn man da nicht lang muss. Aber es gibt auch welche, die man nicht ignorieren kann. Die buffen zum Beispiel andere Firewalls. Zum Beispiel gibt es einen, der macht die HP von anderen Firewalls in jeder Runde hoch. Das heißt, ihr müsst ihn so schnell wie möglich kaputt machen. Sonst habt ihr irgendwann Firewalls mit 200 HP. Und die wegzubekommen. Das ist ziemlich beschissen. Außerdem, wenn wirklich Not am Mann ist. Ihr habt keinen anderen Ausweg. Dann macht ihr einfach diese Dinger hier auf. Und da kann halt auch was Schönes drin sein. Wie zum Beispiel die Möglichkeit, die HP von einer Firewall zu halbieren. Das geht, glaube ich, auch beim Systemkern. Aber die Dinger würde ich nicht aufmachen, wenn es nicht wirklich notwendig ist. Denn da kann auch eine Firewall drunter stecken. Und da sind teilweise Firewalls drunter, die wirklich unknusprig sind. Es gibt auch welche, die einfach mal eure Virenstärke halbieren. Ich glaube, die gehen dann auf 10 oder so runter. Oder noch niedriger. Auf jeden Fall hat man dann wirklich sehr damit zu kämpfen, überhaupt irgendeine Firewall runterzubekommen. Dementsprechend aufpassen. So. Haben wir dann den System gerne hier kaputt gemacht. Können wir auch den Container hier öffnen. So. Und dann hier den Loot einsammeln. Ja. Und das war's auch schon. So könnt ihr hacken. So könnt ihr die Sites finden. Und freiscannen. Und natürlich könnt ihr den Loot jetzt verkaufen. Und ja. Das war's auch schon. Mehr gibt es da meiner Meinung nach nicht zu beachten. Ihr könnt jetzt natürlich hier auch wieder rausfliegen. Bitte drauf achten, dass ihr hier natürlich immer die Teile hier einsammelt. Nicht, dass ihr ständig die Sonden neu kaufen müsst. Wäre ja kacke. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Erfolg bei dem Ganzen. Und ja. Falls es euch gefallen hat, Däumchen nicht vergessen. Und falls ihr irgendwelche Verbesserungsvorschläge habt, natürlich auch gerne in die Kommentare. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Und tschülü. Und tschülü. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.